Das Buch Kampf der Supermächte, Amerika und China auf Konfrontationskurs beschäftigt sich mit dem aktuellen Konflikt zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt. Die Autoren Elmar Thewesen und Sebastian Dunkelberg sowie weitere Experten analysieren die Hintergründe und Auswirkungen dieses Konflikts auf die globale Politik und Wirtschaft. Dabei werden sowohl die politischen als auch die wirtschaftlichen Aspekte beleuchtet und mögliche Zukunftsszenarien aufgezeigt. Das Buch bietet somit eine umfassende und fundierte Darstellung des aktuellen Konflikts zwischen den USA und China. Kapitel 1 Einleitung, die neue Weltordnung. In der heutigen Zeit befinden wir uns in einer neuen Weltordnung in der die Supermächte Amerika und China auf Konfrontationskurs sind. Die beiden Länder kämpfen um die Vorherrschaft in der Welt und versuchen ihre jeweiligen Interessen durchzusetzen. Dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche Macht sondern auch um politischen Einfluss und militärische Stärke. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind angespannt und es ist unklar wie sich die Situation in Zukunft entwickeln wird. Es bleibt abzuwarten wer am Ende als Sieger aus diesem Kampf hervorgehen wird und welche Auswirkungen dies auf die Welt haben wird. Kapitel 2 Die USA und China Eine Beziehung in der Krise In den letzten Jahren hat sich die Beziehung zwischen den USA und China zunehmend verschlechtert. Die beiden Supermächte sind in vielen Bereichen in Konkurrenz zueinander und es gibt immer wieder Spannungen und Konflikte. Insbesondere in wirtschaftlichen Fragen gibt es große Differenzen aber auch in politischen und militärischen Angelegenheiten gibt es immer wieder Reibereien. Die USA werfen China vor seine Macht auf Kosten anderer Staaten auszubauen und Menschenrechtsverletzungen zu begehen. China hingegen sieht sich als aufstrebende Macht die ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit verteidigen will. Die Beziehung zwischen den USA und China bleibt somit eine Herausforderung für die internationale Politik. Kapitel 3 Die wirtschaftliche Konkurrenz Handelskrieg und Technologiekampf In der heutigen globalisierten Welt ist die wirtschaftliche Konkurrenz zwischen den Ländern ein ständiges Thema. Besonders der Handelskrieg und der Technologiekampf zwischen den USA und China sind in den letzten Jahren immer wieder in den Fokus gerückt. Beide Länder versuchen ihre Wirtschaftsmacht zu stärken und ihre Interessen durchzusetzen. Dabei geht es nicht nur um den Zugang zu Märkten und Ressourcen sondern auch um die Vorherrschaft in wichtigen Technologiebereichen wie künstliche Intelligenz oder 5G. Die Konkurrenz zwischen den beiden Supermächten hat bereits Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und wird auch in Zukunft eine große Rolle spielen. Kapitel 4 Die militärische Konfrontation, Rüstungswettlauf und Territorialstreitigkeiten Im Kapitel 4 des Buches geht es um die militärische Konfrontation zwischen Amerika und China. Es wird beschrieben wie beide Länder in einen Rüstungswettlauf verwickelt sind und sich um Territorien streiten. Die USA haben ihre militärische Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum verstärkt um ihre Interessen zu schützen. China hingegen hat seine militärische Macht ausgebaut und versucht seine Einflusssphäre zu erweitern. Diese Konfrontation birgt ein hohes Konfliktpotenzial und könnte zu einem Krieg führen. Es ist wichtig dass beide Seiten auf Dialog und Diplomatie setzen um eine Eskalation zu vermeiden. Kapitel 5 Die ideologische Auseinandersetzung, Demokratie versus autoritärer Staat. In der heutigen Welt gibt es eine ideologische Auseinandersetzung zwischen Demokratie und autoritärem Staat. Während die Demokratie für Freiheit und Gleichheit steht setzt der autoritäre Staat auf Kontrolle und Unterdrückung. Diese beiden Ideologien stehen sich unversöhnlich gegenüber und beeinflussen die politischen Entscheidungen in vielen Ländern. Die Demokratie ermöglicht es den Menschen ihre Meinungen frei zu äußern und an politischen Entscheidungen teilzunehmen. Die Bürger haben das Recht ihre Regierung zu wählen und ihre Führer zur Rechenschaft zu ziehen. In einer Demokratie gibt es auch eine unabhängige Justiz und eine freie Presse die die Regierung kontrollieren und Missstände aufdecken können. Im Gegensatz dazu setzt der autoritäre Staat auf Kontrolle und Unterdrückung. Die Regierung hat die absolute Macht und die Bürger haben keine Möglichkeit ihre Meinungen frei zu äußern oder politische Entscheidungen zu beeinflussen. Die Regierung kontrolliert auch die Medien und die Justiz um ihre Macht zu festigen und Kritiker zum Schweigen zu bringen. Es ist wichtig dass wir uns bewusst sind welche Ideologie wir unterstützen und welche Auswirkungen sie auf unsere Gesellschaft hat. Die Demokratie mag nicht perfekt sein aber sie bietet den Bürgern die Möglichkeit ihre Stimme zu erheben und Veränderungen herbeizuführen. Der autoritäre Staat hingegen unterdrückt die Freiheit und die Rechte der Menschen und führt oft zu Korruption und Missbrauch der Macht. Es liegt an uns uns für die Ideologie zu entscheiden die wir unterstützen und für die Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen. Kapitel 6 Die globale Dimension, der Kampf um Einfluss und Führung in der Welt. In der heutigen globalisierten Welt kämpfen verschiedene Länder um Einfluss und Führung. Besonders die USA und China stehen sich in diesem Kampf gegenüber. Beide Länder versuchen ihre Macht und ihren Einfluss auf der Weltbühne auszubauen und zu festigen. Dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche Interessen sondern auch um politische und militärische Macht. Die USA haben lange Zeit die Führung in der Welt inne gehabt doch China holt immer mehr auf und wird zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten. Der Kampf um Einfluss und Führung in der Welt wird in den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle spielen und die Beziehungen zwischen den Ländern beeinflussen. Kapitel 7 Die Zukunft der Beziehung, Eskalation oder Entspannung? In der Zukunft wird es für die Beziehung zwischen Amerika und China entweder zu einer Eskalation oder Entspannung kommen. Es hängt davon ab wie beide Länder miteinander umgehen und wie sie ihre Differenzen lösen. Es ist wichtig dass beide Seiten aufeinander zugehen und versuchen ihre Beziehung zu verbessern. Eine Eskalation würde zu einem Konflikt führen der für beide Seiten schädlich wäre. Eine Entspannung hingegen würde zu einer besseren Zusammenarbeit und einem friedlicheren miteinander führen. Es liegt an den Führern beider Länder die richtigen Entscheidungen zu treffen und ihre Beziehung auf eine positive Art und Weise zu gestalten. Kapitel 8 Fazit Die Herausforderungen für die internationale Gemeinschaft Die Herausforderungen für die internationale Gemeinschaft sind enorm insbesondere im Hinblick auf den Konflikt zwischen den USA und China. Es ist offensichtlich dass beide Länder eine wichtige Rolle in der Welt spielen und dass ihre Beziehungen von großer Bedeutung sind. Die USA haben lange Zeit die führende Rolle in der Welt gespielt aber China hat in den letzten Jahren stark aufgeholt und wird voraussichtlich bald die USA als größte Volkswirtschaft der Welt überholen. Dieser Konflikt hat Auswirkungen auf die gesamte Welt da er sich auf Handel, Technologie, Sicherheit und viele andere Bereiche auswirkt. Es ist wichtig dass die internationale Gemeinschaft zusammenarbeitet um diese Herausforderungen anzugehen und Lösungen zu finden die für alle Beteiligten akzeptabel sind. Eine der größten Herausforderungen besteht darin dass die USA und China sehr unterschiedliche politische Systeme haben. Die USA sind eine Demokratie während China eine kommunistische Parteidiktatur ist. Diese Unterschiede führen zu unterschiedlichen Ansichten über Menschenrechte, Freiheit und Demokratie. Es ist wichtig dass die internationale Gemeinschaft diese Unterschiede respektiert und versucht Lösungen zu finden die für beide Seiten akzeptabel sind. Ein weiteres Problem ist der Handelskrieg zwischen den USA und China. Dieser Konflikt hat Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft und kann zu einer Rezession führen. Es ist wichtig dass die internationale Gemeinschaft zusammenarbeitet um diesen Konflikt zu lösen und sicherzustellen dass der Handel zwischen den USA und China fair und ausgewogen ist. Insgesamt sind die Herausforderungen für die internationale Gemeinschaft enorm aber es ist wichtig dass wir zusammenarbeiten um Lösungen zu finden die für alle Beteiligten akzeptabel sind. Wir müssen uns auf die gemeinsamen Interessen konzentrieren und uns bemühen Konflikte auf friedliche Weise zu lösen. Nur so können wir eine bessere Zukunft für alle schaffen. Das Buch Kampf der Supermächte Amerika und China auf Konfrontationskurs bietet einen umfassenden Einblick in die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und China. Die Autoren analysieren die Hintergründe und Ursachen für die zunehmende Konfrontation zwischen den beiden Supermächten und zeigen auf welche Auswirkungen dies auf die globale Politik und Wirtschaft haben könnte. Das Buch ist gut strukturiert und verständlich geschrieben so dass es auch für Leser ohne tiefgehende Vorkenntnisse in diesem Bereich zugänglich ist. Insgesamt ist es ein lesenswertes Werk für alle die sich für die aktuellen Entwicklungen in der Weltpolitik interessieren. Den Link zum Buch findest du in der Beschreibung. Dort findest du auch unseren kostenlosen monatlichen Newsletter. Abonniere den Kanal für weitere interessante Sachbücher. Mit deinem Abo hilfst du unserem Kanal. Vielen Dank dir!